So Leute, ich habe die besten Szenen aus dem Match von gestern Abend rausgeschnitten. Oh mein Gott, das Video geht trotzdem halbe Stunde. Wie gesagt Leute, auch wenn ihr das Match gestern Abend gesehen habt, es lohnt sich dieses Video hier noch anzuschauen, weil ihr es aus meiner Sicht und aus der Sicht von 2EpicBuddies noch mitbekommt. Ich habe mein Bestes gegeben, einfach nur die Highlights rauszuschneiden und ich bitte euch einfach mal bei allen Channeln vorbeizuschauen, die gestern Abend mitgezockt haben. Sei es bei MrGamerPros, sei es bei den 2EpicBuddies, die ihr wahrscheinlich eh schon kennt oder auch bei Funt2Games. Erstmal noch klasse Respekt an Funt2, wie er Hauptmann einfach mal mit einem Match gekillt hat, alles klar. Ne, aber ohne Spaß Leute, habt viel Spaß mit dem Video und einfach nochmal Respekt an Markus, dass er das alles so geil organisiert hat und es hat extrem viel Bock gemacht, gestern Abend zu zocken. Also Leute, viel Spaß mit dem Video, haut rein! Nächste, 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 die nächste ist wichtig! Nächste, die nächste ist wichtig, scheißegal, ist die Punkte hier! Ich bin schon in der nächsten. Ich gucke gleich, dass ich einen Spawn bekomme, das ist das Wichtigste. Okay, dann gehe ich rein. Ich bin bei Seepfertchen. Ich habe den Spawn. Laufen wir einfach straight rein. Ab ein. Juck dir nicht. Einer ist noch vorne. Einer ist hinten, der kommt von hinten. Achter, die haben den Spawn vielleicht. Bin down, bin down. Bei Lampo, oder? Lampo, einer down. Die haben den Spawn, die haben den Spawn, achter, die kommen von hinten. Die Schleichen hatten. PK war drin, deswegen hat er schon gesagt. Gott, der hat mich. Fuck, geht rein. Ja, komm mit hinten rum. Hau um noch rein zu hin. Ja, in die falsche Richtung. Okay, wir haben den Spawn. Let's go. Das sind einige Punkte. Die kommt, da kommt einer rechts aus. Durch diesen kleinen Gang. Die kommen, die kommen, die kommen. Entrennen, 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 entrennen. Pass auf. Ey, was? Bin schlecht gefahren. Ah, fuck. Schnell hinter, Leute. Wir können das noch schaffen. Es ist noch nichts vorbei. Ah, die kämpfen. Fuck. Komm, ah, scheiße, Mann. Wir müssen da rein. Ja, geht in die nächste. Ihr müsst in die nächste. Ich warte da. Wird halt verdammt knapp dann. Ah, fuck. Nächster ist wesentlich wichtiger jetzt. Basketball, ja. Aber wir müssen jetzt alles holen. Alles holen. Joach, zum Spawn. Ich bin auch beim Spawn, wir müssen in die Zeit verhalten. Ah, die wussten, dass ich da bin. Die kommen jetzt. Ich fange die ab in der Mitte. Scheiße, heißt doch. Irgendwohin? Geht ins Haus. Okay, wir haben einen guten Spawn. Wir haben einen guten Spawn. Komm, let's go. Stellung halten. Wir halten das weg davon. Oh Gott, die kommen. Kevin, ihr holt das so krass weg. Kommen die von oben? Nee, noch nicht. Pool, irgendwer kommt pool. Ab pool, ab pool, ab pool. Packt von oben, die snappen jetzt. Achtung. Von hinten kommt einer. Wir haben Shit-Spawn, die können von oben kommen. Von oben, zwei, weiter, sechs, weiter, sechs. Ich bin schlecht. Nice, dann. Oben. Haltet das durch. Hab einen oben, hab Strixx, hab Strixx. Hab Strixx, Leute. Ich spawn in oben, alle. Zwei da, einer kommt jetzt bei pool, poolside, kommt einer oben. Okay. Ich bin noch drinnen. Let's go, komm. Geht in die nächste. Ja. Du musst das halten. Einer ist oben, einer ist oben. Nice. Komm, Leute. Let's go. Strixx, 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 Strixx. Wir müssen in die nächste. Komm, wir können das schaffen. Wir müssen jetzt nur Gas geben. Konzentriert euch, weak bleiben. Pitchen. Bin down. Fakt ist, ich kriege nicht. Alle Pulser, alle Pulser, alle Strixx. Alle Strixx. Nein. Nein. Komm, rein in die Stellung. Rein da. Wir halten das. Let's go. Halten, halten, halten. Rindbleiben. Wir spielen. Strixx, komm, der Vielverlass. Nicht auf Risiko gehen. Doch, Strixx. Strixx. Und ich glaube, Kitschen auch. Komm, wir schaffen das. Wir haben das. Wir haben gewonnen, Jungs. Wir haben gewonnen. Let's go. Nein, Mann. Die Kits liegt am Ende, Mann. Ja, die war so wichtig. Let's go. Lampen noch hell. Alter. Oh, mein Gott. Fedor, ich liebe dich und deine Streaks. Der Stream darf das gerne wissen. Ich komme nicht drauf lang. Die Streaks haben es gerade echt ausgemacht. Yes. Ich höre es für ihr. Ich höre es dir. Ich höre es dir. Die Streaks haben es ausgemacht. Oh, mein Gott. PC-Masterwitz, würde ich mal sagen. Ich will da nicht pushen. Ja, Mann. Ich schwitze so hart. Oh, mein Gott. Ich schwitze. Ich habe nur gewonnen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke. Krieg, hast du die Killswegs am Ende gesehen? Ey, habe ich nicht. Fick dich. War irgendwas Killswegs so aus? Hast du eine gemacht oder was? Ne, ich habe nur bekommen. Nicht eingesetzt. Ey, aber ohne wird es gut gehen. Gut gehen. Nice game. Ich bin weichwitzig. In die A-Ecke. Ich bleibe aber relativ weit hinten. Nichts auf B bis jetzt. Ich habe ihn bei A gesehen. Train, 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 train. Train auf A. Hap. Was? Die sind beide da bei A. Hinten, links. Keine Ahnung. Ja, die kommen aus diesem kleinen Raum raus. Schill, Leute. Ercampt einfach. Nice, Feder. Da ist noch einer. Alter, ich habe was. Wir sind rausgelaufen. Sorry, Leute. Sind auf A. Sind auf A. Links, 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 links. Denny, hinterlegt. Ercampt der Decke. Fick. Hab ich doch gesagt. Ah, fack, Mann. Ich pushe ihn nicht. Wir spielen auf Zeit. Auf Zeit, ja. Wo ist er? Im Gang, im Gang. Treppe. Links, links, links. Spielzeit, 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 Spielaufzeit. Haben wir. Nice. Let's go. Nice. Wenn du trainst, läufst, soll einer mit mir gehen auf B. Geradeaus dann in Gang. Wäre cool. Macht das jemand? Ja, mache ich. Mach ich. Perfekt. Sei mal kurz ruhig, bitte. Da sind viele auf B. Viele auf B. Mann, der kommt jetzt vom Gang. Sind noch. Da sind so viele B. Alle B. Fuck, Billard. Schade. Wie viele kann das schaffen? Da ist einer drinnen. Siehst du den? Ja, nice. Okay, gehen wir, Prost. Der ist noch oben gewesen. Der ist oben gewesen. Lad nach, oder? Nein. Yes. Mann. So will ich das sehen, Mann. Der Boss. Let's go. So stark. Nice. Mann, nice. Ich mache gar nichts. Egal, egal. Let's go. Nein, Mann. Ich habe den nicht gesehen. Ich dachte, ich kriege ihn dabei. Das macht man nicht mehr mit dem Button. Nein, Mann. Sorry, sorry, sorry. Nein, passt. L-O-Tricks. Das sind L-O-Tricks, Mann. Nein, ist das in Ernst? Oh, Mann. M-P-7 mit Laser, Mann. Oh, mein Gott. Ich hatte sie. Ey, was ist mit dir los, Mann? Mann, ich habe doch selbst gesniped. Was? Ich glaube, einer müsste auch den Mittelgang gehen, wenn wir zu B gehen. War wurscht, passiert. Noch einer. Eine ist Mittelhaus. Eine geht zu uns und spawne, der wird von hinten kommen. Fido, guck hinten. Bei uns guck, kannst du uns spawnen. Komm, nur guck nach rechts, dann. Ich weiß, er kommt da irgendwo. Echt? Okay, er kämpft. What? Er geht, er geht wieder, glaube ich, zu A jetzt. Nein, nein, nein. Ja, nein. Oh Gott. What the fuck? Wie konnte er mich wegholen, Alter? Macht er fast einen Ace, Mann. Ja, dachte ich auch gerade, ey. Noch keiner. Er hat sich noch keiner von hinten. Er hat sich noch keiner von hinten. Nein. Oh Gott, noch keiner. Oder was? Was? Oh fuck, ich habe dich, glaube ich, abgeschossen. Du hast mich gekickt, Mann. Ja, ich habe vergessen, dass Team kein anderes. Es tut mir so leid, 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 es tut mir so leid. Da oben, hast du ihn gesehen? Einer war oben, ja. Da war der Kopf. Okay, den Zug hoch. Nice. Achtung von hinten, nicht, dass der kommt. Mein Zug geht noch keiner. Oh fuck, von hinten. Nein! Oh shit. Wie? Ich habe es verkackt, tut mir leid. Nice, kommt einer noch. Kasten. Nein! Oh, komm, der. Naja. Ah, fuck off, alter. Ich bin zu nervös für den Modus. Ist echt so, ne? Ich habe auch richtig blöd gepusht. Genau das, was ich tausendmal gesagt habe, was ich nicht machen soll. Wir haben uns nur die ganze Zeit gekillt, wenn wir gepusht haben. Egal, egal. Wir machen spannend, okay? Ganz kurze Frage nur. Fanto Games, was war das in der vorletzten Runde? Hauptmann war ein bisschen frech und da wusste ich mir gehört. Ne, war eine gute Entscheidung. Also gebe ich dir vollkommen recht. Der stand auch vollkommen falsch. Ja, der wirklich. Muss auch bestraft werden. Wenn die Teammates schon scheiß Call-Off gehen, einfach mal abknallen. Dann sind wir zumindest ruhig. Kamen zwei Leute, keine Chance gehabt. Fakt, ich sind da alle, keine Chance. Okay. Ich krieg sowieso keinen Down. Was haben wir, machen wir noch? Noch mehr Streaks. Macht's. Ey, wenn wir das noch drehen, gebe ich jedem von euch 100 Euro. Ey, wohl. Oh, was? Na ja, schauen wir mal. Auch für die Kommentatoren. Für die nicht. Das ist das berühmte Ida-Cookie-Dachen. Was? Wir nennen die da auf den Hamster. Was? So, dann gib mal Gas. Wir wollen hier die Scheine sehen, aber. Ja, das wird schwierig. Obwohl. Nee, wir müssen nur 1 zu 0. Wir müssen nur gewinnen. Let's go. Ja, das ist so. Nur gewinnen, Leute. Alles noch drinnen. Let's go. Es steht 1 zu 0 für die. Lauf, 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 lauf. Ich hab die Flagge, ich hab die Flagge. Nice, lauf, lauf, lauf. Lauf, schlampe. So, wir müssen jetzt unsere. Die spawnen da hinten. Fuck, wir sind so gefickt. Lauf, schlampe. Lauf, bevor ich dich verkaufe, Alter. Jetzt komm. Oh Gott, easy. Dann mach doch unsere Flagge auch. Ja, mach da alles zauber. Ich check den nicht. Ja, blödschlag, wir sind gefehlt. Ja, shit. Der Boss. Yes. 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 Komm, jetzt kämpfen wir. Wir headkitchen so räudig, bis es nicht mehr räudiger geht. Ey, warte. Wäre es dann 2-2? Yes. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Der Game ist im Haus unten. Wo geht er hin? Nimm die Flagge von hinten. Nimm die Flagge von hinten. Nimm die Flagge von hinten. Tanke, tanke. Wahrscheinlich. Tanke, ja. Da, da kommt einer. Buck, der liegt direkt bei der Flagge. Komm, die Flagge brauchen wir. Er geht hinten rum, Leute. Buck, die kommen, wenn du zum Ball ja im Spawn hast bei denen in der Flagge. Nice. Komm, jetzt wieder zurück zum Felsenstein, Mann. Wie wichtig, was ich brauche. Komm, zurück. Lauf durch die Flagge zurück. Komm, ich bin wieder. Warte auf meinen Spawn. Bin da. Ich bin über Tanke. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nice, sauber. Wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Die Runde ist gewonnen. Nice. Oh mein Gott, Leute. Ich habe keinen Bock, euch 100 Euro zu geben. Weißt du, ich dachte, die Regeln, ne? Ja, aber das sind die Regeln. Dass wir diese Runde, die wir alle nehmen sollen. Das heißt, dass wir jetzt die Flagge bei uns reinbringen müssen und so lange, wie wir gebraucht haben, haben die dann Zeit zu challengen. Genau, genau. Genau so ist das. Okay. Und wenn wir dann in der Zeit, warum steht 1 zu 0, ich verstehe es nicht. Es steht jetzt 1 zu 1. Steht gleich drin. So, soll ich Tarnheel gleich verhoffen? Ne, warte noch. Warte noch am Anfang. Ne, ich warte ein paar Sekunden, bis die Klasse nicht mehr weg ist. Oder wir machen den Anfang mit den Streaks. Dass wir die erste Halbzeit von der Verlängerung jetzt mit den Streaks holen. Warte, müssen wir jetzt die Flagge holen oder nicht? Ja, müssen wir. Ja, ja. Ich, wir müssen immer Flagge holen, nur schnell. Ich warte noch kurz, ich hau jetzt den Tarnheel raus. Ich verteidige uns. Warte, 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 zwei Tanke, zwei Tanke, zwei Tanke, zwei Tanke. Ich sehe die. Oh, ist da rein. Einer geht ins Haus hoch und einer geht hinten rum. Ich hol den hinten rum. Er hat die Flagge. Er geht oben ins Haus rein. Er ist im Haus drin, dann fährt gesetzt Tarnheel rein. Er ist drin, ist drin. Er kämpft in unserem Haus. Okay, wir haben dann spawned. Nice, geh über Tanke, ich bin da. Ich hol mir den. Ich hab den nicht geholt, One-Shop. Okay, Tanke, lauf, da dürfte keiner kommen. Ja, und wir haben Tarnheel, der heißt, der sollte ein paar wegholen. Nein, er gibt mir, ich hätte ihn gehabt. Warte, geh ins Haus, kämpft es nicht. Ich habe ihn, ich habe ihn. Nice, go, 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 go. Ich habe ihn. Nice, jetzt die Flagge, komm. Nein. Geh rein, schnell, 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 es geht um Zeit, geh schnell rein. Los, 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 los. Ja, ich kann nicht mehr sprinten. Ja, Mann, Leute, nein. Nice. 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 Oh mein Gott, nice. Jetzt heißt es verteidigen, zu vier. Oh, what the fuck, Alter. Krieger, sag einfach nichts, okay? Krieger, halt dein Mann, wenn jetzt ein scheiß Kommentar von dir kommt, ne? Denk an den Huni. Eine Minute, acht. Eine Minute, acht, verteidigen. Hast du noch Streaks? Hast du noch Streaks? Ich habe keine Streaks, nee, nee, nee. Aber die Sette ist gut zum Verteidigen. Zum Verteidigen ist die einfach heftig, Alter. Ja, wir machen wieder die Pimpel-Taktik dieses Jahrhunderts, Leute. Einer kommt gleich von hinten. Einer von hinten. Traktor ist einer. Nicht sterben, nicht challenge. Fuck, bei unserer Flagge ist einer. Nein! Der hat ihn, vom Traktor. Nein! Der geht durch, der geht durch. Der hat's. Du musst ihn abfangen, Fanto, das ist deine Möglichkeit. Nur du kannst ihn abfangen. Lauf, 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 lauf. Alle hinter. Werf Granaten auf das Boot oder was auch immer. Schieß, schieß, Fanto. Nein! Oh mein Gott. Er macht einen Echtsprung rein. Oh mein Gott. Aber gut, game. Oh mein Gott. Weiß drauf. Oh mein Gott. Halber, alter. Fuck. So müssen wir wirklich die Kills machen. Ich spiele Outsch, ne? Nee, doch. Im Ernst? Wenn du dir sicher bist, dass du das Zeug erreichst, seid schon heftig. Ich spiele auch Hardliner. Darf man nicht? Nee, Hardliner ist verbunden. Achso, okay, danke. Wie kommt mir das verkacken, ist unglaublich. Ja, frage ich mich auch gerade. Oder? Warte, jetzt nehmen wir BN. Wir nehmen BN. Go, 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 B, 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 B. Ich gucke Blue aus. Fuck, ich habe keine Kugelweste. Das ist kacke für den Modus. Ich brauche Kugelweste. Oh mein Gott. LF-Sticks spielt wirklich mit LMG. Ich glaube es nicht. Nein, LF-Sticks, wie ist es, wenn man weggecampt wird? Du, 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 du NAH! Loh einer. Und Mitte, Mitte. Fuck, der ist weck, one shot Mitte. Wir müssen das einnehmen. Go, 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 bin dort. Ich habe Hellstorm. Du hast Hellstorm. Bin dort bei der Bombe, komm. Bin auch dort. Wir haben es, wir haben es, wir haben es. Go, 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 go. Jetzt, 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 sonst, sonst, sonst bekommt die B's, jetzt, 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 jetzt. Sober, nice. Ich habe C, ich habe noch. Ach, hol den. Ich habe keinen Mund mehr. Ey, fuck. Karsel, du Bastard. Einer noch Blue, einer noch Blue. Ich nehme B einen. Einer Mitte wieder. B, schnell verteidigt, schießt alles. Die sind zu zweit auf B, fuck, die haben B. Ich habe beide getötet, wir können wieder hin. Otto ist noch ein Dritter, Statue. Ich bin einfach Hellstorm, glaube ich. Ohne Scheiße jetzt. Ja. Wirklich? Ja. Mach, mach einfach. Aber die Lotster wäre übrigens nice. Komm, B, 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 B. Wie kann das denn? Blue, 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 fuck, hol dir uns alle von Blue weg. Ja, ja, das ist, ist. Blue ist so wichtig. Die Lotster wäre so nice, Feder. Warte, zwei Kills noch. Fuck, der holt uns beide weg. Er kennt dir den Scheiß, die Lotster. Vielleicht in der nächsten Runde dann. Gib dir Halbzeit, oder? Blue noch einer, Blue, letzter Blue, sonst alle tot. Komm, let's go, drück den Lotster. Blue sehe ich nicht, ist raus von Blue. Okay. Okay. Oh. Mit dem Headcatch, Achtung. Einer geht Blue. Komm, Fida, mach die zwei Kills noch. Ja, ich laufe weg, Alter. Sie sind down, sie sind down. Oh, einer ist Mitte noch. Wo? Nice, Fanto. Fuck, bin down. Ha, fuck, zwei Sekunden bevor ich es eingenommen habe. Lauf, lauf, lauf. Wir brauchen die Scheißklage. Ich gehe wieder Blue. Wie viel brauchst du für den Lotster? Mitte einer. Zwei Kills, glaube ich, noch. Blue, einer? Zwei Blue, zwei Blue. Einer Blue down. Einer noch, ein Kill noch. Einer noch Blue. Geh nicht so offensivlos, gefährlich. Ich habe ihm einen Hit gegeben. NEEEEIN! NEEEEIN! Oh Gott, er stirbt ein von Lotster. MEEEEIN! F**K! Was ist denn? Der Bier, der Bier! Da oben ist da oben. Blue, Blue, Blue House, Blue House, man! Let's go! Einer ist bei der Startflug. Ich habe wieder das Krieger in. Noch einer Blue, da uns vor. Nein, F**K! Habt ihr auch einen Spot geholt? Ich hab ne Hellstone dann, also wenns gefährlich wird schreit. Du Mistgeburte Eletrix, du hast da nicht vorhin, hat sich mein Spot geglaubt. Die Keistern, nicht so viel Fluchen. Nö. Wir verlieren, bravo. Bist alles drauf? Okay, die haben die Flagge. Wir haben sie. Fuck. Einer Blue gleich. Let's go, let's go, BB, BB! Let's go, go, BB! Blue ist Eletrix, Blue ist Eletrix in der Ecke, wir haben B wieder. Nice! Blue ist Eletrix, ich hab Eletrix down. Nice, let's go. Komm, wir müssen Blue halten, wir müssen Blue halten. Was, wir verlieren, bravo? Guck doch, wer ist da drinnen? Guck drauf da! Fuck! B hab ich, B hab ich! Nein, Mann! Ey, wir müssen wieder drauf, was war denn das? Genau. Wir müssen wieder irgendwie drauf kommen. Blue kommt er wieder. Ey, Mann. B, 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 hat jemand smoked? Nee. Ich hab smoked. Schmeiß drauf, schmeiß drauf und jetzt alle rein. Links gleich in der Ecke, links gleich in der Ecke und beim... Pfff. Startbill. Ey, jetzt ist er in der anderen Ecke. Juck dir nicht. Hol dir das Blue los. Wir können das noch schaffen. Fuck, der ist Blue hin. Komm, rein, 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 rein. Ich geb zu C. Das ist unsere einzige Möglichkeit irgendwie. Oh Mann. Das ist belastend. Ich geh durch zu C. Los, 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 los. Vielleicht jetzt auf B. Auf B. Ja, jetzt müsst ihr auf B. Komm, einer Blue noch, einer Blue. Okay, wir haben wieder Streaks. Das ist belastend. Belastend hat er... Los, B, 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 B. Alle drauf da. Ich guck Blue, ich guck Blue. Nice. Oh fuck, wir können wir es noch schaffen. Jetzt müssen wir es halten, wir müssen es halten. Wir müssen noch Blue halten vor allem. Weil Leute Blue, zwei bewachen die Bombe hätte ich gesagt. Kommt noch einer Blue? Ah, nicht die Bombe, sondern ein Baseball. Fuck, diese Scheiß FPS lags, wenn der Smoke da ist. Ja, der ist 3 halt. Nice, ich hab... Die nehmen B1, die nehmen B1. Ich hab's, ich hab ihn getötet. Gut. Ich bleib Blue noch. Komm, wir müssen das jetzt die Restliche Zeit halten. Right fährt einer. Blue down. Einer ist, glaub ich, hinten durch gerade. Ich hab einen hinten durchgehend gesehen. Zwei, 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 zwei. Nice, 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 nice. Komm, wir müssen, wir können das noch schaffen. Campen einfach. Bleibt einfach defensiv. Blue halten, Mitte halten, ready. Ah, ich hätte gedacht, ich bin hinten gesehen. Ist egal. Ich hab ne Hellstorm, dann noch zur Not. Wenn Bill gefährlich wird, schreien. Nö. Ey, wir können das schaffen. Nice, wir haben die Führung. Nice. Campen, campen, campen. Einer ist Blue House, Blue House, Blue House. Ja. Geht zu unserem Spawn. Er ist bei unserer Fahne, er ist bei unserer Fahne. Auf der Seite. Auf der Seite. Warte, die nehmen jetzt B, die nehmen jetzt B, die nehmen jetzt B. Ich setze ein. Ich setze ein. Nein, ich setze down. Okay, gut. Ich hab Streaks, ich hau gerade raus. Einer ist bei uns, einer ist drunter. Blue House und einer bei uns. Ab ihn. Und Blue House. Komm, und das B verteidigen. Ich glaub, wir haben das fast. Wir müssen nicht mehr lange halten. Ja, alles drauf. Ey fuck, Mr. Gamer Bros, die gehen auf B, die gehen auf B, die gehen auf B. Ich glaub, das ist der Sieg. 12 zu 12. Ja, nice, nice. Was ist das letzte Game? Was ist das letzte Game? Suchen und zerstören. Echt? Ja. Das können wir schaffen. Wir müssen jetzt nur klüger spielen das letzte Mal. Klüger? Ich bin nicht klüger. Ich bin ein. 100 Euro von Cookies. 100 Euro von Cookies. Kommando. Wir haben das noch geschafft. So geil. Wie geil. Winze. Yes. Ja. So geil, ey. Wir regeln. Yes. Regeln, Digga. Cookies, du bist, ich muss es mal sagen, hier vor, ich glaub, 20.000 zu schon, du bist echt eine richtige Missgeburt. Ey, ich weiß. Ey, ohne Scheiß. Wir haben mitgefiebert. Wir hingen hier, alter, lass den den Loads da holen. Lass den den Loads da holen. Lass den den Loads da holen. Und du, ohne Scheiß, du hast so eine geile Arbeit in dem Spawn gemacht von denen. Du hast da richtig aufgeräumt, richtig die geilen Moves gemacht und gehst dann raus. Ja, ich weiß. Ich war so, ich war mega geil in dem Moment. Ich war so mega gekennst, dass du mega geil bist und dann willst du es einfach machen, Mann. Und dann willst du diesen Scheiß Killstreak. Ob dann? Aber dann hast du keine Eier. Ja. Hashtag keine Eier für Cookies, liebe Frau, ne? Oh, Mann. Ja, das sind halt die Boards. Die brauchst du auch beim Poker, ne? Ja. Wo ist denn der Rest vom Schätzenfest? Die sind kurz geliebt, damit ihr wisst, dass die raus sind. Und das nicht so ist wie bei Russack dann so, dass es doch zählt dann. Die sind kurz geliebt, damit ihr wisst, dass die raus sind. Mann, du weißt, dass mein Deutsch komplett behindert ist, Mann. Ja. Ja. Gib dich nicht auf, Cookies. Ja, pass auf, pass auf. Ich hab Hoffnung. Krieger, lass mich, nein. Lass mich das erklären, okay? Mann. Mach mich nicht immer so fertig, Mann. Hashtag keine Eier für Cookies. Absolut, ey. So Krieger. Nochmal so, damit du meine Denkweise verstehst, okay? Ja. Die sind einfach rausgegangen, okay? Jetzt kommt der Grund. Ich bin nicht reingekommen und damit ganz klar ist, dass da was nicht stimmt, sind alle wieder geliebt. Danke. Damit's auf den ersten Blick nicht so aussieht, als wären wir alle drin. Hab keinen Bock mehr, Mann. Also, gehen. Nice. Die kommen alle hinten? Alle, alle hinten. Verschieben. Ja, da hinten war einer. Ja. Ich hab einen markiert. Seht ihr? Ne. Da. Der ist hier an der Seite. Einer kommt gleich dünner rein. Der ist vor dünner. Nice, Leute. So will ich das sehen. Einer noch. Komm, schaffen wir. Der ist gut. Campen wieder. Ja, lasst euch nicht. Oh Gott, der ist vor mir. Hallo? Cookies, probier doch nicht. Ich hab 360. Ja, gib den 360. Ja, probier den 360, gib den 360. Hör auf mit so einer Scheiße. Ja, nicht mit so einer Scheiße. Ernst? Zähl doch. Wir können locker alle ein A's machen. Noch dazu was, Mr. Gamer Bros. Ihr riskiert sowas nicht mehr, bitte. Ja, okay. Ey, zack, die Granaten sind übelst geil. Ja, die sind super OP. Ja. Langsamer fahren. Okay, wir bauen auf. Geh bis zu dieser Tonne und wärm dann so eine Granate. Wir bauen was anderes, aber nicht auf. Ja, einer ist bei A. Ja. Geh zum Tank. Einer geht hinten durch. Was ich gehört hab, der kommt von hinten, Leute. Dann kämpft der... Nein! Fuck! Wo? Da oben ist Sniper. Was machen wir? Gucken, vielleicht kämpft... Pumsteiner von innen. Geh mit der Granate niemanden bei A. Diesmal. Ah. Ich werf auch noch meine. Doch, da ist einer. Da ist noch einer. Im Traktor. Ihr könnt Hell die Hilfe gebrauchen. Bleib mal vor. Ne, bleib da, bleib da. Du hast Rückendeckung. Du hast Rückendeckung. Wir müssen was tun. 50 Sekunden. Links an. Oh Gott, ich hab ihn. One shot, one shot, one shot. Nice. Andere Seite. Da! Komm! Fuck! 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 Wieso ist da nichts connected, Alter? Weil du daneben geschossen hast. Kann sein. Leute. Ich werde den D-Dossed. Ne, willst du nicht. Doch! Jetzt ohne Spaß. Quatsch. Willst du nicht? Geht schon mal runter. Beruhig dich. Ich hab 40% Paketverlust. Ich höre euch nur ganz gar nicht. Rush zu deren Spawn rein auf B. Oh, er kommt. Hilfe! Hilfe! Er legt sie weg. Oh Gott. Nice, nice, nice. Du gegen Kevinio. Wenn du das verlierst, ich schwörs dir. Du zahlst. Du zahlst. Du zahlst. Du wirst strafisch. 30 Sekunden. Genau, geht so. Alles gut. Für eine Entkleidung! Oder? Nö. Scheiße. Was ist los? Fick dich, Alter. Hab ich nicht gesagt. User left your channel. Komm. Komm da dein Headglitch. Ich seh ihn kommen. Okay, du hast eine gute Waffe für schwarze Stents. Ich würde der Zigzag rein gehen. Rechts ist gefährlich dann. Ja, guck da so. Genau. Perfekt. Sei ruhig! Warte. Ich bin nicht so. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Warte. 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 Scheiße drauf, wir blenden dann instant. Ich geh auch über Mitte. Haus oben, Sniper. Er snippt mich wieder weg. Carsten down. Der Sniper ist noch immer oben im Haus, der könnt euch wegsnipen. Von hinten, oder? Statue, Statue, oder irgendwo. Der Panzer. Und Döner, Döner. Oh, Döner, Döner. Letzter Döner. Letzter war Döner. Er steht, ich bin Sniper. Nice, Chef. Intensiv gegen die. Ah, ist nix. Die kommen Döner hinten lang. Nice, Jakob, nice. Nice, ich hab A6-Diker. Nice. Komm, einer noch, oder? Ne, zwei noch. Ne, einer. Nice. Er war groß, allerdings. Slow, One-Shot. Warte, er läuft weg. Challenge nicht, bleibt defensiv. Aber wo war er ungefähr? Er ist zur Spawn gelaufen, glaube ich. Ich weiss nicht. Er hat wirklich die Unkwalt bei der Hände. Er ist zur Hände, glaube ich. Zum Spawn, glaube ich. Ich hab's gebrochen. Er ist kurz auf den Döner. Er geht mir so hart. Ist er eben, Döner? Nach der Challenge, ich bin links in der Weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Nicht challengen! Er hat einen Sitzel. Nicht challengen. Auf Zeit spielen, auf Zeit spielen. Ey, Mann, wird gebürst du aus. Geh nicht raus, geht nicht raus. Jetzt, jetzt, er flentet, er flentet, er flentet! Er muss flenten, geh! Scheiss! Digga, 40% Platz-Kill-Verlust, immer noch! Ja, scheiss! Aber ich bin echt nicht so ein Wahnsinn, wie ihr da seid! Guck dir, was ist los mit ihr? Ja, weil ich nichts konnte! Oh Mann, ey, was der jetzt gedatet hat, ist so scheisse! Egal, was passiert, weil... Es ist so ein Wetter! Es ist nicht für drei Millionen Euro, oder was? Es ist immer schön, dass du ein Pan-Ponierenden heute so was aus bei Kill-Kill. Es ist ein Dünner-Ponierenden. Pusht rein! Fuck! Äh, gibt's Bombe! Säbe, säbe der Bombe! Wir geben sie wirklich Zeit! Ey, das ist okay, entschärfen schon! Ich hätte beide gehabt! Ich entschärfen! Nicht, 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 nicht! Bleib death, bleib death, bleib death, bleib death, bleib death, bleib death, bleib death! Jetzt, geh raus, jetzt! Ja! Ja! Letzte Runde! Komm, letzte Schädigungsruppe, ey! Spannender geht es nicht, was das grad! Ja, und ich bin sie dort, alter! Wer sind sie dort? Längste Runde Schädigungs! Alter, ich spiel mit so welchem Lex, das geht gar nicht! Ich bin nicht mehr hinten rum, jetzt! Halt hoch, wer fährt mit ner Ferne-Gladen hoch, Junge! Den Knall! Er hat so einen Kuss gelegt! Ich glaub das rechte, weil Tank nicht stehen könnte! Wolltest du die Runde? Ja! Oben! WTF? Ich seh'n... Yes! Wow! Sieg! Sieg! Sieg uns! Oh mein Gott! Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! 2-2! 3-2! Team Ub... Team Bunnies! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Meine Nerven! Yes! What the fuck, Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Alter! Richtig krass, Freunde! Was ist da los? Scheiße, Alter! Haupner! Was geht ab? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Cookie ist einfach mit 50% Paketverlust! Oh mein Gott! Alter! Richtig krass! Hallo!